SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz und seine Ehefrau Britta Ernst gaben am Sonntagmorgen wie viele andere Bürgerinnen und Bürger ihre Stimmen für die Bundestagswahl in Potsdam ab. Der in den Umfragen führende Scholz hatte, obwohl das Rennen völlig offen ist, bereits gute Laune. Das ist heute ein sehr schöner Tag. Das Wetter ist ja schon mal ein sehr gutes Zeichen. Und jetzt hoffe ich, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger zur Wahl gehen, ihre Stimme abgeben und möglich machen, was sich abgezeichnet hat. Nämlich, dass es ein sehr starkes Ergebnis für die SPD gibt und dass die Bürgerinnen und Bürger mir den Auftrag geben, der nächste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland zu werden. Die Wahllokale schließen um 18 Uhr. Mit ersten Prognosen ist kurz nach Schließung der Wahllokale zu rechnen.